Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch verschiedene Cases für das iPhone 6s und 6s Plus zeigen. Viel Spaß! Ich habe von der Firma Casual ziemlich viele iPhone 6s und 6s Plus Cases zum Testen bekommen. Das ist so die kleine Auswahl und ich möchte euch jedes Case ein bisschen vorstellen. Und am Ende gibt es auch noch was zu gewinnen, also bleibt dran und fangen wir mal mit den 6s Cases an. Das erste 6s Case ist ein transparentes TPU Case und nennt sich Flexo Slim. Das gibt es leider nur für das 6s, nicht für das 6s Plus. Heißt nur für das kleinere. Hülle sieht so aus. Ist eben transparentes Hartplastik, was eben nicht hart ist, sondern eben TPU Material. Das iPhone passt da wunderbar rein, einfach alle Ecken rein und das Case sitzt wunderbar auf dem iPhone. Man sieht fast nicht, dass eine Hülle drauf ist, nur an der Umrandung hier und sonst ist alles wunderbar. Was ich bei der Hülle im Vergleich zu anderen Hüllen deutlich besser gelöst finde, sind die Lautstärketasten, der Switch hier und die Power-Taste. Da sind keine komischen Plastikbedeckungen drüber, sondern sind frei, ist ein Loch drin. Heißt, man kann das wunderbar bedienen, wie man das eben bedienen möchte und die Hülle sitzt wirklich wunderbar. Man hat leider kein Layer-on-the-Table-Design, aber sonst ist das Case wirklich schick. Es schützt vor Stürzen, wenn das Gerät so irgendwo hinfliegt. Es fühlt sich wunderbar an, macht das Ganze nicht irgendwie rutschiger, sondern man hat ein bisschen mehr Grip. Es ist auch sehr unauffällig und für den Preis von 17,90 Euro kann man eigentlich nichts falsch machen. Das Case gibt es jetzt nicht nur in Transparent, sondern auch in so einem dunkleren Schwarzton oder Dunkelgrau. Dann gibt es das Ganze noch in Blau, Grün und Lila. Als nächstes haben wir hier das Slim Case für das iPhone 6S, wie beim Case davor, leider nicht für das 6S Plus verfügbar. Und ich muss sagen, diese Hülle gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ein Fan von so dünnen Hüllen. Die Hülle ist nur 0,35 mm dick, also wirklich sehr, sehr dünn, wie wir hier auch sehen können. Wir können das Ganze knicken, ohne dass es kaputt geht. Und es ist eben ein Hard Case. Und ja, die Hülle ist wirklich sehr, sehr schick, wie wir sehen können, in so einem Blauton. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Hier sehen wir auch die anderen Farben. Gibt es nicht nur in Blau, sondern auch Grün, ganz normales Weiß und Schwarz. Das Ganze ist dann ja so frosted, so gefroren. Und ich muss sagen, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt mit dem Rose Gold auf der Rückseite nicht ganz so geil, aber trotzdem schon ziemlich schick. Was ich bei dem Case cool finde, was ich bei anderen noch nicht gesehen habe, ist, man hat hier noch eine etwas dickere Umrandung um die Kamera. Denn das Case wäre normalerweise zu dünn und die Kamera würde trotzdem herausstehen. Jetzt hat man da so eine Umrandung herum, falls das iPhone mal so runterfällt, dass nicht die Kamera kaputt geht, sondern dass sie geschützt ist. Sonst, was kann ich dazu sagen, wenn ich das iPhone so in der Hand habe? Man spürt überhaupt nicht, dass eine Hülle drauf ist. Man bekommt ein bisschen mehr Grip, da das Ganze so ein bisschen rau ist. Aber sonst, man spürt einfach nichts von der Hülle, was ich wirklich einen sehr, sehr coolen Pluspunkt finde. Der Preis liegt bei 17,90 Euro, was ich okay finde für die Qualität, die er bekommt. Und ja, diese Umrandung bekommt ihr auch nicht bei anderen Herstellern. Die Tasten sind alle frei, das Gerät ist komplett abgedeckt. Oben, unten, der komplette Rahmen ist geschützt. Wir haben natürlich kein Layer-on-the-Table-Design, aber der Rahmen ist komplett geschützt. Das nächste Case ist was für alle Lederfans, denn ich habe hier einen Echtledercase mit zwei Kartenfächern. Das Ganze ist handgefertigt, hat eben zwei Kartenfächer. Was mir negativ aufgefallen ist, das Ganze macht das schon ein bisschen dicker. Es fühlt sich, ja, sehr gut in der Hand an. Was mich allerdings auch noch gestört hat, sind die Tasten. Das Material ist ziemlich dick, deswegen sind auch die Tasten ziemlich tief drin. Wenn ich das jetzt so halte, ist es schon, ja, ein bisschen blöd, die Tasten hier zu drücken. Aber sonst, auf der Rückseite habt ihr, wie ihr sehen könnt, zwei Fächer. Da könnt ihr ohne Problem zwei Karten reintun und habt dann immer zwei Karten dabei, falls ihr den Geldbeutel nicht mitschleppen wollt. Sehr, sehr praktisch. Und sonst haben wir hier eine schöne Naht außenrum, schönes Leder. Kamera ist perfekt ausgeschnitten. Die Seiten habe ich ja eben gerade genannt. Wir haben auch leider kein Layer-on-the-Table-Design. Unten ist auch alles zugänglich. Und falls euch das Case jetzt anspricht, das kostet 24,90 Euro. Gibt es in vielen verschiedenen Ledertönen alles so dunkel gehaltene Farben. Da gibt es dann eben hier diesen braunen Ton, dann so ein bisschen mehr rötlich. Dann gibt es auch verschiedene dunkle Töne und schwarz gibt es auch. Als nächstes habe ich auch eine sehr, sehr coole Lederhülle. Für alle Leute, die eine Lederhülle wollen, aber eine ziemlich dünne. Denn das ist, würde ich sagen, die dünnste Lederhülle, die ich je gesehen habe. Und ja, die sieht so aus. Ist auch echtes Leder. Hat eben hier so wunderbares Mikrofaser innen drin. Und wie ihr sehen könnt, ist das eben so ein Clubcase. Ich habe die jetzt noch nicht vollständig installiert auf dem iPhone, da, wie ihr sehen könnt, hier ein Klebestreifen ist. Und ihr das iPhone eben da reinkleben müsst. Da ich die Hülle noch verschenken werde, habe ich das jetzt mal nicht gemacht. Aber wie ihr hier sehen könnt, das iPhone klebt ihr dann hier rein. Könnt ihr dann zuklappen. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze wirklich sehr, sehr dünn für eine Lederhülle. Und sieht auch ziemlich schick aus, muss ich sagen. Wenn wir das Ganze so aufklappen, dann könnt ihr das dann so benutzen. Das iPhone bleibt dann da drin kleben natürlich. Ihr könnt das dann auch noch, wenn das iPhone da drin klebt, funktioniert das. So zum Filmeschauen hinstellen. Ist auch kein Problem. Und sonst ist es eigentlich eine wirklich super schöne Hülle für alle Lederfans da draußen, die was Dünnes suchen und eben auch so eine Clubcase brauchen. Die Case kostet 29,90. Gibt es eben auch in vielen Lederarten und in vielen Lederfarben. Alles eher so dunkel gehalten. Was mir negativ aufgefallen ist, ist, ich finde es ein bisschen blöd, dass ihr das iPhone da reinkleben müsst. Sorgt aber eben dafür, dass das Case dünn bleibt. Und was mich sonst noch stört, wenn es zugeklappt ist, habt ihr keine Möglichkeit irgendwie an die Lautstärke-Tasten zu kommen. Ihr kommt zwar ran, seht nicht was ihr drückt, dann drückt ihr einfach irgendwas. Ist ein bisschen doof geworden. Als nächstes haben wir nicht wirklich eine Case, sondern eher so eine Tasche, eben auch aus Echtleder. Und was ich hier sehr cool finde, ist, dass das Ganze ziemlich dünn gehalten ist. Ich bin ja nicht persönlich so ein Fan von solchen Taschen oder solchen Slide-In-Hüllen. Aber es gibt sicher viele da draußen, die sowas gerne benutzen. Und das ist eben hier auch echtes Leder, wirklich passgenau, auch handgefertigt. Und kostet 24,90 und gibt es eben auch in vielen verschiedenen Lederfarben. Und ihr könnt euer iPhone da wirklich ohne Probleme reinschieben. Am Anfang ist es noch ein bisschen streng, da sich das Ganze noch ein bisschen dehnen muss und sich an euer iPhone gewöhnen muss. Ansonsten ist es wirklich eine wirklich sehr schicke Tasche. Wie wir sehen können, das iPhone schaut oben ein bisschen raus, dann ist es eben nicht mehr geschützt. Innen ist es auch wirklich geschützt. Und wenn ihr das iPhone da oft genug rein und raus schiebt, sollte das auch gereinigt werden. Der Preis von 24,90 ist für Echtleder, würde ich mal sagen, okay. Auch wenn es für so eine normale Tasche eigentlich schon ziemlich teuer ist. Als nächstes habe ich wieder so eine Klapphülle und diesmal ist es die erste und auch die letzte Case für das iPhone 6S Plus. Die anderen sind leider nicht für 6S Plus verfügbar. Finde ich wirklich sehr schade. Das ist die einzige, die dafür verfügbar ist und die ich eben testen kann. Und wie wir sehen können, wieder eine Echtleder Case. In dem Fall ist sie schwarz. Gibt es auch noch in vielen weiteren Farben. Unter anderem so ein helleres Braun, dann noch ein dunkleres Braun und noch weitere. Ich habe zu allen Cases links in der Beschreibung, wo ihr euch das Ganze nochmal weiter anschauen könnt, die verschiedenen Farben. Und ich habe auch Links zu Amazon, wo ihr die Cases sofort kaufen könnt, wenn sie euch gefallen. Das ist hier die teuerste Case von allen. Für das 6S Plus kostet die 40 Euro. Und was bietet die euch für 40 Euro? Ihr habt eben hier eine Echtleder Case, die eben hier so eine Klappfunktion hat. Und ihr habt drei Kartenfächer hier an der linken Seite. Und habt dahinter auch nochmal ein Fach, wo ihr vielleicht ein bisschen Scheine reintun könnt, ein bisschen Geld oder so. Dann habt ihr rechts so ein Plastik Case, eine Ledertasche, so eine Klapptasche, wo ihr euer iPhone geschützt habt. So ein paar Karten immer dabei habt. Und was einfach wirklich praktisch ist, da eben auch die Vorderseite geschützt ist. Falls ihr einen Anruf bekommt, könnt ihr annehmen, zuklappen und könnt dann trotzdem telefonieren, auch mit der Klappe zu, da ihr hier oben so Löcher habt, damit ihr den anderen auch noch hört. Von der Seitenansicht ist es schon ziemlich dick, was mir auch nicht so wirklich gefällt. Aber sonst habe ich eigentlich nichts zu meckern. Wir haben hier auch nochmal so eine kleine Videofunktion, damit ihr auf dem 6S Plus vor allem sehr gut Videos schauen könnt. Könnt ihr irgendwo auf den Tisch stellen, so Videos anschauen, auf euren Shows, irgendwo anders hinstellen. Wirklich sehr, sehr praktisch. Es gibt sicher viele, die sich für sowas interessieren. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Ich finde den Preis auch ziemlich hoch. Würde ich jetzt persönlich nicht dafür ausgeben. Liegt aber auch eben daran, dass mir solche Hüllen auch nicht zusagen. Es gibt auch noch eine Version für das 6S, also für das kleinere iPhone. Kostet 5 Euro weniger, also 35 Euro. Und gibt es eben auch in den verschiedenen Farben. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, Freunde, ich habe wieder was Cooles für euch organisiert. Und zwar hat mir Casual deutlich zu viele Cases zugeschickt. Und was heißt das jetzt für euch? Es gibt mal wieder ein Gewinnspiel. Und die Teilnahme ist wirklich sehr einfach. Was ihr als erstes tun müsst, ist mich hier auf YouTube abonnieren. Der zweite Schritt, einen Daumen nach oben geben. Und der dritte Schritt, schreibt mir einen Kommentar. Was habt ihr für ein iPhone und welche von den Hüllen habt ihr am coolsten gefunden? Welche Hülle wollt ihr unbedingt haben? Schreibt es in die Kommentare. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Falls ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr am coolsten gefunden habt, welche Cases. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich viel Glück für das Gewinnspiel. Das läuft zwei Wochen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.